Keine Wiesn ohne Lebkuchenherzen und wir haben die ganz besonderen. Favorit? Ist so? Penis in Vagina zählt? Oder ich drück dich die Däume? Die werden wieder los die Dinger. Das ist übrigens eine beliebte Begrüßung auf der Wiesn. Einfach nur. Ich habe ein Herz für dich, ich habe ein Herz für dich. Penis in Vagina zählt. Ich drück dich die Däume. Ich liebe Puffi und meine Frau liebt Puffi.